Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge PUBG Mobile. Oh mein Gott, es ist ein fucking Jahr her ungefähr für 10.000 Millionen Jahre. Und ja, freust du dich, Ayurlin? Oh, ich freue mich richtig. Endlich war wieder Leute abgeschnallen. Also auf meinen Kanal, Leute, ihr wisst, ich habe schon Leute abgeknallt mit meinem neuen Letzt-Style. Keine Werbung, ne? Aber, ne? Ja. Ja, was gibt es denn alles Neue? Ja, es sind sehr viele Neuerungen dazugekommen. Es sind zwei neue Maps dazugekommen. Einmal, wie kennen die, die Schneemap. Die ist allerdings hier in der Mobile-Version noch in der Beta-Version. Und einmal Sanhok. Das ist eine kleinere Map, also eine richtig kleine Map. Ja, und dann gibt es noch neue Outfits, neue Waffen, ganz klar. Neue Autos, also Fahrzeuge. Man kann einem Clan beitreten und man kann jetzt sogar Achievements erreichen. Und dann gibt es noch so ein paar kleinere Neuerungen. Ja, und guckt euch mal unsere geilen Outfits an. Also das ist ja richtig, also top. Also ich finde es mal richtig geil, so mit der Maske, also geil, ne? Also wir sind Top-Models hoch 10. Und wir wollen heute mal die kleine Map ausprobieren. Sanhok. Und wir schnacken natürlich nicht lange rum. Und ich drücke jetzt auf Start. Oh mein Gott, es geht. Oh mein Gott. Mit Schmicky. Oh mein Gott, bitte, 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 bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Ladeweil. Oh mein Gott, ich freue mich mal über ein Ladeweil. Für viele, die die Computer-Version kennen, die kennen bestimmt auch schon die Maps und alles. Aber für die, die die mobile Version noch nicht kennen, jetzt spielen wir die neuen Maps, die wir noch nicht gespielt haben. Genau, so sieht's aus. Oh, ich freue mich so. Also ich weiß nicht. Oh, ich freue mich auch. Ah, die Steuerung. Ich sehe mich noch nicht. Oh Gott. Ah ja, stimmt, man kann jetzt Leute mit Früchten abwerfen. Genau, das ist auch neu. Das ist so eine kleinere Neuerung. Oh mein Gott. Kannst du mir nicht folgen? Das ist schlecht. Ja, wegen, ähm, bei meinem Handy, das ist jetzt auf der einen Seite Touchscreen da oben und deswegen kann ich das nicht betouchen, weil das Touchscreen hat nicht gehofft. Ich mache den Aufnahmen-Button mal da oben hin. Ja, das ist die Map. So, Hotspots sind Paradise Resort und Bootcamp. Die sind praktisch beide wie die Schule auf der Erangel-Map. Ja. Wo wollen wir hin? Äh, 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 keine Ahnung, ich springe irgendwo ab. Das mache ich jetzt spontan. Okay. Weil die Karte kann ich, wie gesagt, auch nicht betatschen, weil um Betatschen nicht geht. Ach, das ist toll, mal wieder, wie die Technik zu tun. Immer diese Scheiß-Technik, ne? Hatten wir auch gerade Probleme bei iHall-Linia-Tablet? Ja. Mein Tablet hat auf einmal eine ganz komische Farbe angenommen. Richtig crazy, ich sag's euch, Leute. Aber ich hab's dann nochmal neu gestartet und dann ging's. Ja. Oh Gott. Ach du Scheiße, da landen schon die Ersten. Hm. Wir werden so sterben. Weißt du noch, erste Folge? Oh ja. Scheiße, was ist denn da genau so abläufig? Warte, ich muss mit der Steuerung klarkommen. Äh. Oh Gott. Tag? Ah ja. So funktioniert. Ah ja, so funktioniert das. Auf dieser Map gibt es zwei spezielle Waffen. Einmal die QBZ. Und einmal die QBU. Neue Bilder? Oh, krass. Oh. Oh, krass. Neue Bilder. Oh mein Gott. Also das ist jetzt die, das Paradise Resort. Und überraschenderweise hör ich noch nichts. Und ich hab ne QBZ. Das ist die neue Waffe. Ja, ich hab noch keine neue. Oh, warte. Ich komm grad nicht klar, dass wir das Spiel wieder spielen. Ich auch nicht. So. Level zwei hab ich schon. Vielleicht auch wieder ein Rucksack durch. Keine Ahnung. Oh, du hast einen? Liegt auch einer. Aber ich hör noch keine Schüsse. Was ist hier los? Ja, also irgendwas ist hier faul, ne? Ich denk, das ist der Hotspot Nummer eins. Das dritte. Und ich werd so verkacken. Oh, hier ist ne Weste. Ich hab Schritte. Hä? Komm mich nicht hoch. Ah. Komm zu mir, ich hab Angst. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin bei dir. Oh Gott. Ah ja, okay. Da ist er schon. Okay. Lass uns Leute abballern. Ja, endlich. Da. Alter, mach das gleich. Mach das fang. Aber diese Insel hier ist schön. Also sieht sehr paradiesisch aus. Hier würde ich gerne mal Urlaub machen. Ach ja, Wetterbedingungen gibt's jetzt übrigens auch. Auf der Erangel-Map, da gibt es einmal den Nachtmodus. Da wird einmal im ganzen Spiel kurz Nacht. Und hier auf dieser Map gibt es Regen und Nebel kurzzeitig. Das ist auch richtig geil. Das würde ich nicht von mir abhauen. Aber hier ist mal voll tote Hose. Was ist hier los? Ich denke, das ist der Hotspot Nr. 1 hier. Hm. Aber die Mobile-Version ist generell von den Spielern immer ein bisschen anders als die Computer-Version. Also, wer weiß. Oh, das ist ein Wester. Wester, ich hab dann ganz ein Wester. Oh, ein Dreierwies hier. Zack. Warum? Ah, wie viel Zeug es hier gibt. Ah, ich hatte eine. Ah, okay. Okay. Ich hab Schritte bei mir. Schritte? Okay. Oh, stimmt. Man kann jetzt auch so ein Dächter im Store, ne? Hallo, ich bin hier oben. Hi. Can I see you? Oh, ein Sexergies hier. Oh, eine Adrenalinspritze. Jetzt hab ich eigentlich meinen Botox. 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 Jetzt ein Lächter hoch. Ja, ich bin auch so verunsichert wegen den Schritten. Oh, guck mal. Oh. Oh. Hello. Ich hab alles gut im Blick. Da ist sie. Siehst du ihn? Ah. Nein! Scheiße, 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 scheiße. Mist, ich bin tot. Hey, vorsichtig. Ah ja, das ist der Teamkamer hat. Geh mal lieber runter. Mist, ey. Du schaust das. Du schaust das. Ach ja, und dem Gegner kann man jetzt auch zuschauen, wenn man möchte. Naja. Oh, Mann. Ja, dann machen wir halt nochmal eine neue Runde. Genau. Oh, aber schön wieder Leute erschießen zu können, ey, das ist so geil. So richtig die Wut auszulassen. Ja. Endlich wieder. Na, abgleich wieder zu. So, wie ihr seht, hier schon den Punkt mit den Achievements. Kann man rauf gehen. Und dann kann man hier Achievements bekommen. Wenn man denn möchte. So. Ja. Weil dein Display immer noch so doof ist, ne. Also repariert wurde es ja, aber das Touchscreen wird halt dann noch nicht. Hast ja gesehen, wie Schrottman-Hinny war, ne. Oh, ja. Ja, das war sowas von Schrott, ey. Ja. Folgst du mir wieder? Ich folg dir gleich wieder, wenn ich da bin. Schwimm hier da. Das ist mein Apfel. Willst du meinen Apfel stüren oder was? Ui. Leute bewerfen. So. Hey. Buh. Buh. Ja. Ha. Headshot. Also ich würde sagen, dass wir mal kämpfen gehen, so auf dem Dach, wo wir eben waren. You know what I mean. Okay. Oh, ich liebe diese Map, die ist so beautiful, ne. Es ist echt schön. Richtig beautiful. Beautiful, die Map. Und ich finde es auch richtig geil, dass man diese Maps erkunden kann. Weil so einige Maps, die haben ja dann so ein paar Höhlen, wo man denn so reingehen kann. Das ist richtig geil. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Ich habe ja gesagt, das ist Hotspot Nummer 1, ne. Aber dass du diesmal recht bist, hätte ich nicht gedacht. Oh ja. Ja, bewegt dich doch mal vor. Danke. Ja, alles klar. Wir werden schon beschossen. Ich verpüsse mich. Höh, höh. Höh, höh, ich habe eine Masse. Ah, da ist jemand. Nein, nein. Ja, sehr schön. Ach ja. Sag mal nichts mehr dazu. Ich sag ja, das ist Hotspot Nummer 1. Da brauchst du gar nicht drauf landen. Da bist du schon tot. Höh. Sag, sag zu. Aber die Bilder, die sie hier auch gemacht haben, finde ich geil. Richtig gut gemacht. Aber wie gesagt, wir haben schon ewig nicht mehr gespielt. Das ist jetzt klar, dass wir ablosen, weil, ja, wir sind aus der Übung. Wie gesagt, sogar ein Jahr, ne? Oh ja. Gefühlt zehn Jahre. Ja. Und ihr braucht jetzt nicht erstmal mit den Kommentaren anzukommen, wir spielen Slenderman. Nein, wir spielen den nicht. Dass es mal klar ist, ja. Aber echt, ey. Mit Slender habe ich abgeschlossen. Dieser Arsch. Und den wir hier mal ein bisschen erkunden. Ach, diese Map ist so schön. Vor allem hier kann man sich auch so gut im Gras verstecken. Das ist richtig geil. Gras ist immer gut. Auf jeden. Wie Candy ist da anders. Die soll richtig offen sein. Da kann man sich sehr schlecht verstecken. Hey. Wo wird unser Herz uns hinführen? Wo wird Gott uns leiten? Ich würde sagen, wenn wir nur zum Felsen oder so landen. Das ist das ja eigentlich auch ein Sumpf bestimmt, ne? Ey, wie weit landen wir denn davon entfernt? Äh, ja gut. Wo ist denn... Ah, dann gehen wir... Ist hier was? Ah ja, hier ist was. Dann gehen wir hier hin. Oh, hier ist schon mal ein Buggy. Das ist sehr gut. Falls wir fahren müssen. Ich bin gelandet. Und hier ist sogar ein Kalender. Ja, moin. Und eine M16. Oh, ich habe eine von den neuen Waffen. Zack. Und zack. So. Weiter geht's. Hier schon mal viel Stuff. Oh, richtig viel Stuff. Ist eine Vector oder eine Ozi besser? Oh, hier ist eine. Hier sind zwei. Hier sind zwei. Komm schon hier. 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 Wo bist du? Oh. Gott. Hast du einen Rucksack für mich? Ich habe einen auch, aber ich habe jetzt auch keinen weiter gesehen. Hm. Hier ist noch jemand. Ja, ich höre es. Ich höre es. Kann mich nicht bewegen. So, jetzt. Hey. Hä, wo ist der? Oh, ich habe einen Rucksack. Hä, wo ist der? Ist der im Haus? Ja. Ah, da. Yeah. Nice. Nice. So, Rucksack habe ich jetzt auch. Hier ist noch eine Waffe, falls du brauchst. Ich habe erstmal eine. Was ist da für eine Waffe drin? Äh, AKM glaube ich. Ach ne K? Ne, ne K will ich nicht. Oh, Rucksack Level 3. Ja, geil. Oh, ein Radio. Radio. Ah, hier ist noch ein Rucksack, aber jetzt hast du ja einen. Vielleicht habe ich sogar Level 3. Die Waffe ist geil. Na, AKM. Geil. Brauchst du... Warte mal. Brauchst du ein Dreiervisier? Ich habe... Oh, ich habe viele Dreiervisiere. Ja? Ich habe drei Dreiervisiere. Ich komme zu dir. Ich habe abgelegt. Hier kann ich... Ah, okay. Ach man. Dankeschön. Hallo. Okay, wollen wir weiterfahren, oder? Wie ist denn die Zone? Oh. So. Hier ist ein Zweiervisier, falls du brauchst. Brauche ich ein Zweiervisier? Ja, brauche ich. Weil ich habe... Ich habe noch viele. Deswegen. Dann nehme ich das. So. 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 Ich sage ihm das eine Mal. Aber jetzt lächst du bei mir nicht mehr. Deswegen. Ich muss mich jetzt auch wieder ans Fahren gewöhnen. Eine Drahtfange! Ihr wisst, was das heißt, Leute! Oh, ich habe jetzt mein Visier. Irgendwo da vorne wird geschossen. Hier ist immer noch eine AKM-Verzug raus. Ich habe eine. Okay. Willst du eine OBS? Aber die kann ich auch nehmen. Ah, Monique kann ich noch nehmen. Nee, ich habe zwei gute Waffen. Aber dann gibt er Nachfrage. Ich muss doch wissen, ob meine gute Ehefrau gut versorgt ist. Ehefrau ist gut versorgt. Damit sie die Pädagogik hören wird. Oha, Laservisiere gibt es jetzt auch. Das ist auch krass. Ich muss jetzt immer meine Aufnahme stoppen, damit ich aus dem Inventar wieder rauskomme, weil ich mein Kind nicht kriege. Oh, das ist natürlich umständlich. Ja, es ist halt so, wenn es zackt klingt, dann ist es nicht mehr so. So, wollen wir denn weiter? Ja, können wir, meinetwegen. Ich bin super ausgerüstet. Für den Krieg. Oh, wir müssen eh in die Zone machen. Hallo? Irgendwo hier wird geschossen, aber ich weiß nicht wo. Oh, ist das euer Ernst? Was ist los? Nee, alles gut, aber... Ah nee, alles gut. Okay. Ich war gerade nur wach. Ach, ist es schön, wieder PUBG zu spielen, ey. Das glaubst du gar nicht. Oh, ja moin. Zack. Kann man die Wasse kaputt schießen? Ich weiß es nicht. Kann man? Nein. Oh. Du hast ja ne AKM, ne? Ja. Hier ist Munition ganz viel. Bei mir ist ne UMP drin und ne Uzi, wenn du willst. Oh Gott, hier ist ne Puppe und ich hab mich voll erschrocken. Das haben sie zu ihrer Verteidigung zu sagen. Ich glaube, das hatte Herr Currywurst auch damals. Ja, ich hab's gesehen. Was für Waffen hast du? Ähm, eine OBZ-Fisch und noch eine neue. Ich will aber nicht ins Inseln-Tal gehen, sonst möchte ich auch mal wieder stoppen, damit ich es wieder umdrehen muss und so. Alles klar. Und noch eine, noch eine. Oh Gott. Ich dachte, ich guck nicht richtig. Ich hab nur etwas vorbeihuschen sehen. Ähm, ich brauch nichts. Also ich muss mich durchrufen. Ich hab genau viel Muni. Also ich bin mal schlussglücklich. Ich eigentlich auch. Hier ist noch ein 6er Visier. Willst du? Brauchst du? Ja. Ja. Nimm ihn mal. Nimm ihn mal. Nimm ihn mal. Läuft bei uns. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, war ich jetzt hier fertig oder… Ja, hier war ich fertig. Ach, wie schön. Ach, ich liebe dieses Spiel. Ich habe es so vermisst. Ich kann nichts Auffälliges erkennen. Kannst du was Auffälliges erkennen? Was ist denn am Happinen bei dir? Also ich habe eine OBZ und eine QBZ und eine QBZ. Okay. Hast du Lust, die Nachbarn mitgestorben? Ich stalke schon. Ich stalke hart. Aber ich sehe keinen. Das ist ja strange. Mensch, wo sind denn alle Leute? Wir wollen doch hier eine Party machen. Wollen wir weiterfahren? Da ist ein Tor, guck mal. Wir sind schon rechts zentral. Hinter uns. Hinter uns. Habe ich schon. Eine AWM, mit der kann ich überhaupt nicht umgehen. So läuft es nicht im Moment, wenn ich immer stoppen muss. Aber ich muss mein Handy immer drehen, wegen Tatschen und so. Aber ich habe einen Kostüm. Und das war doch immer... Ey, zeig mal dein sexy Kostüm. Oh, bist fuu sexy, ey. Da. Oh Gott. Da war er einfach neidisch. Da wollte er unsere Klamotten klauen, ey. Was für ein Arsch. Was für ein Arsch. Oh, das ist nicht noch mit und das. Ja, das brauche ich nicht. Alter. Was, mir fällt... Vor allen Dingen ich so... Guck mich erst mal so um und dann sehe ich so hinter mir... Oh, da ist ja so ein Traum. So rein zufällig, ne? Ja, wir wollten eigentlich immer hin und dann landet er erst mal so random eine. Ja, moin. Nur noch 15 leben noch. Ich werde vor erster Runde wieder schicken, genau. Oh, das wäre wirklich geil. Wollen wir wieder mit dem Auto fahren? Ja, ich komme. Oh, scheiße. Ich dachte, ich komme vorbei. Also, Lea, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Also, es geht ja mal gar nicht. Bei dir. Bei mir? Ja, nee, ist klar. Ähm. Oh. Deswegen läuft's noch heutzutage, weil's viel gesünder ist. Oh. Ach, wie hab ich das doch vermisst. Hä? Oh Mann, es leckt total. Lass mich doch mal in Ruhe. Es leckt. Geht so. Äh, oh, fuck. Wo gehst du hin? Ist das nicht besser, wenn wir irgendwie laufen? Sehe ich auch so. Also. Das erinnert mich an eine gewisse Zeit. Äh, ich weiß gar nicht welche Zeit. Äh, äh. Und nicht nur wieder. Da ist eine. Auf dem Truck, auf dem Truck. Was ist hier ein Truck? Also, auf dem Dingsbumster. Hä? Oh nein. Was ist das? Oh Mann. Ach, da oben. Ich hab den zu spät gesehen. Ich hab den echt zu spät gesehen. Ach. Aber hey, Platz 9. Also. Ne relativ gute Runde, muss ich sagen. Und dann würde ich sagen, das war's auch wieder von dieser Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye. Bye.